Willkommen zurück zu Mario Party. Wir machen weiter an der Stelle, wo wir aufgehört haben. Viel Spaß bei dem Part. Ja, du machst ja ein Minus, ne? Aber da hast du... Ah, was soll's. Ich krieg auf jeden Fall noch einen Stern. Ja, nur weil ihr euch zu fein seid, den Mann zu bezahlen. Du hast gerade hier live auf der Cam hier den Hack aktiviert, hab ich ganz deutlich gesehen. Direkt, wo der Blitz auf dich kam. Kann mir hier noch was leisten, vielleicht. Ah, so einen Pilz, so einen kleinen. Dann wärst du sicher. Fußpilz, was kriegst du? Fußpilz. Kommt halt drauf an, ne? Wenn der jetzt beim nächsten Mal mehr als 30 kostet. Wenn der jetzt mehr als 30 kostet, dann krieg ich keinen. Dann war das alles umsonst. Oh, Mann. Ja, der muss 30 kosten, ne, ne. Kriegt er echt noch den vierten Stern. Wenn er 5 kostet, dann hab ich gewonnen, Alter. 6 Sterne. 6 Sterne in die Tasche. Na gut, der Darkseid kommt da auch noch mal hin, mit seinem Superpilz. Ja, gut. Ja, den werd ich auch gleich mal einsetzen. Dann hab ich auf jeden Fall gute Karten, sagen wir's so. Ja, nochmal in die Lotterie. Darkseid kommen, mach ne Runde. Einarmiger Bandit. Nicht Darkseid, Darkseid. Ja, ja. Muss all in gehen, ne. Sonst kriegt der ja nix mehr ab. Geh nix mehr. Wie immer. 15. Komm hier, die Feuerblume, gönn ich dir, komm. Schaffste. Scheiße. Wieso ist das denn gut? Wieso ist denn... Jawoll! Ich verstehe, das ist 10. Was kriegt der jetzt? 15, oder? 15, oder? 15. 15. Es steht doch da oben. Ja, aber es stand am Anfang auch 15 schon da. Ja, da steht links, da steht links, was du kriegst. Ne, das war 10 gewesen. Link steht, was du kriegst. Echt? Beim ersten Mal war es 10. Für 3 Pilze, für 3 Linksbums. Der hat's ja mal gelohnt. Der kriegt zwar nix mehr, aber ja. Ja doch, guck mal. Ich hab das meiste Geld. Du könntest jetzt 3 schwer Dinger kriegen. Ja, super. Da komm ich noch nicht mehr zu. Kletter, kletter, kletter. Ich muss irgendwie noch 10 Minuten kriegen. Nee, Mann. Oh Mann, ich sag's, kann man das kriegen. Von mir hat's nicht mal wieder hochges... Ah, nee, ist das. Ah, mal gucken. Die Lache vom Klotz, ey. Ist das jetzt noch lohnt, ey? Oh, willst du es jetzt schon einsetzen? Ja, keine Ahnung. Wieso? Ich weiß nicht, ob das jetzt macht oder später. Ah doch, bei der Nacht weißt du es ja vielleicht günstiger. Ja, darauf spekulier ich ja ein bisschen. Ach so Mann, jetzt ist er nur ganz nah dran. Vielleicht macht er jetzt 30. Ja, dann hab ich kein Geld. Ja, super. Oh, der macht keine 30. Ah, die 3 und die 0. Könnt ganz knapp werden mit der 30. Jetzt macht er die 10 und dann hat er's. Ich glaub, das reicht immer noch nicht dann. Ach, egal. 15 Stück. Könnt gehen. Das könnte ganz knapp davor sein, ne? Doch, er kommt auf Ende. Aber den Cola hab ich ja nicht dafür. Aber den Cola hab ich ja nicht dafür. Braucht er 10 oder 9. Ja, aber ist ja egal, ob die Cola heißt. Aber er kommt wahrscheinlich noch in der nächste Runde noch hin. So, ja. Mal gucken, was in der Nacht jetzt kommt. Wenn das jetzt 5 ist, dann sahen wir echt gut ab. Oh, gar nicht da reingucken. Nee. Nee. Eigentlich nicht. Ich bin zufrieden mit meinem dritten Platz. Oh, es kommt ein Duellspiel. Boah ey, lass, lass, mach das, bitte mach das. Oh Gott. Oh nein, Darkseid, mach das jetzt nicht. Komm schon, du kannst es glaub ich aussuchen. Du kannst es glaub ich aussuchen. Ich? Komm bitte, tu es. Kannst du mehrere Sterne setzen? Kannst du mehrere Sterne setzen? Ja klar. Warte. Dann nur einen. Ich kann nichts drücken. Kannst du drücken? Okay. Ja, ich kann drücken. Einen Stern wahrscheinlich. Okay, oh mein Gott ey. Arsch, du Arsch. Nee, jetzt kommt ja nichts mit Nahkampf. Nichts mit Nahkampf. Und nicht dieses Glücksspiel vom letzten Mal hier. Ja, dieses ähm. Das Astroiden, das Astroiden-Ding, das wär super. Das Boxen, das Boxen ist gut. Ja, das Astroiden. Boah, der macht das jetzt ernsthaft hier mit so... Kann der Tomy ja nicht glauben. Ich glaub's echt nicht, ey. Das ist nur ein Stern. Countdown, das hört sich schon so nach Glück an. Oh nee. Ich glaub du musst dann so abschätzen, wann der Countdown zu Ende ist. Ach, ja das mit Input-Lag hier. Oh, aber drum springen, ey. Setze die Stamm-Attacke ein, wenn die Plattform unter dir aufleuchtet, um zur nächsten zu gelangen. Wer zuerst an der Rakete ist, gewinnt. Ach, wenn's aufleucht, dann muss man springen oder was? Die Plattform leuchtet schneller. Okay. Dann musst du springen. Aber du musst nur ein bisschen Platz höher springen. Und desto weiter du bist, desto schneller... Joaah. Bist du bereit? Ja. Ich setze fünf Münzen auf Tomy. Scheiße. Ich setze alles auf Tomy. Spielentscheidend. Das ist ja viel Selbstvertrauen, ey. Spielentscheidend hier. Ah! Boah, das war ein Glück. Du musst Stamm-Attacke einsetzen, das ist dir klar, ne? Ja, jetzt. Ach, Mann! Jetzt! Timing. Ich seh's nur so im Augenwinkel. Egal. Was tust du denn? Jawohl, du hast es geschafft. Jetzt wird's nochmal schwierig, jetzt hier am Ende. Oh! So knapp. Also, so ein Millimeter, ne? Okay, das mach ich. Ich muss abholen, ey. Oh, was? Verzögert ist scheiße. Das ist sau schwer verzögert, ja. Jetzt? Oh, okay, beim letzten Mensch. Ich war doch drauf, ey. Viel Spaß, Zombie. Viel Spaß mit dem Stern. Uuuuh. Was ist gemacht hier? Mann, 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 ey. Naja. Ach, ja. Das war ein gutes Spiel. Das war ein gutes Spiel. Das war ein gutes Spiel. Wir haben wieder gehackt hier. Ich lass dich alleine auf dem Mond hier. Ja, ich lass dich alleine auf dem Mond hier. Ja, ich lass dich da einfach mal sterben. Ja, da lass dich dann auch zu hier auch. Ja, da fliegst du sogar noch rum. Lass dich da einfach mal sterben. Das wird rausgeschnitten. Das wird ganz klar rausgeschnitten. Ah, ja. Da kommentierst du dann wieder so über. Jetzt hat Tombi auf einmal ein Hack benutzt. Guck, da hat er nochmal vier Sterne. Ich hab mir zwei. Du weißt, dass Tombi aktiviert. Du weißt schon, wie ich den letzten Teil nennen kann. Tombi saugt immer wieder hoch. Wieso saugen? Das war ja nichts mit saugen. Ja, bei dir schon. Er stammt sich hoch mit deinem Hammer. Ich war alles abgesprochen. Ja, ja. Ich konnte mir mal einen Vortritt lassen. Deinem Riesenhammer. Ich schau genau. Ich stammt noch mit deinem Riesenhammer hoch, ey. Wenn ihr meint. Wenn ihr meint. Wenn ihr meint. Oh, wieder so'n scheiß Wegspiel. Ey, ne. Findet die Karte, die Anderes ist. Hä? Wie die Karte auswählen? Hä? Was? Warte mal. Warte, welche Taste ist X bei mir? Die hier, ne? Findet die Karte, die Anderes ist. Und finde den Fehler so nach dem Hut. Ach so, ja okay. Was war denn die X-Taste? X-Taste? X. X ist X. Bei mir ist es B. Bei mir ist es X. Bei mir ist es X. Bei mir ist B X und X ist B, glaube ich. Bei mir ist X X und B B und A. Na gut, gut. Da ist es. Ist deine Antwort falsch, fällt dein Steinbock auf dich herab. Oh. Du bist einfach nur blockiert, okay? Ach. Da sieht man... Ah, okay. Ich check's. Verdammt. Oh, verdammt. Jaha. 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 Was? Ja genau. Äh. Nein, wieso geht das dir nicht? Hä? Ja, warum drückt der denn nichts? Hä? Hab doch gedrückt. Genau. Ja, ja, ja. Hab ich auch gemacht. In Klammern. Gedrückt. Äh, äh. Ich drück doch. Wie geht das denn nicht? Wie geht das denn nicht? Hey, ich hab drückt doch auch. Vielleicht ist es der, der am schnellsten ist. Kann es auch sein, ja. Ist ja wieder dumm, ey. Reaktionsvermögen wie ein Toastbrot habt ihr eigentlich. Ja, ja, die Verzögerung wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Mit deiner 400k-Leitung, ey. Meine Leitung direkt zum Klott hier. Ah, man. 40 Münzen. Das können wir uns doch verkaufen. So, jetzt bitte ne 5 vom Mond. Bitte ne 50, bitte ne 50. Oh, Mann, ey. Los, Mond. Los, Mond. Los, Mond. Es hängt alles von dir ab, Mond. Jetzt bestimmen wir, wie viele bla 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 bla. Okay, wer fern wir? 5, 5, 5, 5, 5, 5. Nein, ich kann mir nur einen leisten. Oh, was? Scheiß, Mond. Scheiß, Mond. Du hast doch dann eh gewonnen, oder? Stimmt auch wieder. Sei froh, dass du überhaupt was leisten kannst, du. Sag genau der Richtige. Ja, ich kann mir ja nichts leisten. Also sorry, ich hab gesagt, wir müssen die Bonus-Sterne ausmachen, damit Leute, die hinten liegen, keine Chance haben zum Aufholen. Jetzt sehen wir ja, wer hier ganz vorne ist. Ja, aber es ist ja jetzt. Ja, 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 ja. Ah ja, den einen Stern, den kann ich mir ja sogar gönnen, ne? Das ist der erste Sieg, den du recht verdient hast. Ja, ja, ja. Der ist aus Klotz, Mond. Ah, wie viel kostet denn so ein Stern? Ach, 40 Münzen? Das kann ich mir natürlich leisten. 40 Münzen, Alter, ein Quatsch. Immer diese 25-Jährigen. Ach, hier. Der mit großen Haaren. Ah, super, super. Mit großen Haaren? Boah, stell dir mal vor, der Darkseid hätte eben das Spiel gewonnen. Das wäre voll viel wert gewesen, dann. Das Spiel ist doof, nächstes Mal Mario Kart. Der Tommi macht sich in diesem Spiel nicht so viel, Freunde, oder? Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Das wäre nix. Ich glaube, irgendwas Interessantes noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Wer ist Peach? Wo steht Tommi, verliert alle Sterne. Wer ist Peach? Hallo. Wir machen mal ein Duell, hm? Um was? Um Sterne? Das ist gut. Finde ich gut, um Sterne fände ich so. Ich kann, glaube ich, nur Sterne einsetzen, ja. Wollen wir das machen, Claude? Ja, tu es. Du kannst nur Sterne, du musst es tun. Ja, ja, ich weiß. Jetzt kassiert er richtig ab, ey. Boah, das wäre so geil, wenn ich jetzt gewinne, ey. Es kommt jetzt drauf an, du hast dann mehr Münzen als hier, auf jeden Fall. Ich will es jetzt wissen, Claude. Wenn ich jetzt verkackt, ey, bin ich ja fast bei Draxler. Bombi ist wie der Part, er zockt alle ab, ey. Wie der Part, alles zu wissen. Slalom schweben! Das war doch das, was, was, war das nicht das, was der Dings verkackt hatte? Ich kann nichts dafür. Ja, das war... Oh, geil, ey. Gott sei Dank. War eine Weiche auf deinem Weg. Ja, wir kennen es beide, oder? Ja. Auf geht's. Wieder drei Minuten verzögert, bis man überhaupt verliert im Detail. Möge der Klottigste gewinnen. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es fehlt oder nicht, ne? Es kommt jetzt auf den Sieg an, ey. Oh Gott. Oh Gott. Die Steuerung sieht wieder sehr schön aus. Ja. Ey, guck mal, Schokoladenboombas. Lecker, Hunger. Die sind auch Schokoladenboombas. Klott, kannst du auch mal einen Fehler machen? Jetzt kommt die... Ja. Ja, jetzt. Oh, ich war mit meiner Nase schon... Der Kopf war noch dran, ey. Ich war mit meiner Nase schon im Stein, ey. Der war schon drinnen im Stein, ey. Ey, komm, der war doch auch schon. Kann nicht sein, dass der Tommy immer gewinnt, ey. Ohne Scheiß. Der ist doch ein Hacker, ey. Du musst einfach mal zusammenspielen. Nee. Oh, komm schon, Klott. Oh! Der zockt ist auch privat jeden Tag oben. Ey, ja, ja, mach ich immer. Gleich nach Battlefront, ey. Der ist doch fast los. Ah, der hat gewonnen. Wieso ich denn da durchkomme? Erzähl mir das mal. Ah, das ist schön hier. So frei im Weltraum. Unglaublich, der Typ. Hör mal, ich kann noch ein bisschen warten, bis der Klott da ist mit meinem Ziel. Ja, und der ist natürlich ein Idol. Dann fliege ich durch. Ah, ist das schön. Ja. Ist doch schön. Ich finde das Spiel super. Ja, ich auch. Ja. Jetzt müsste so ein Spiel kommen, wo man wirklich alle Sterne verlieren könnte. Das wäre doch geil. Und dann ein Tombi auf dem letzten Platz. Auf einmal. Das wär's ja, ey. Okay. Also, drei Sterne, finde ich, sollte man mindestens haben in dem Spiel. Jetzt krieg ich noch einen. Drei Sterne ist überhaupt noch da? Okay. Mach mal eine Eins. Ich will mal wissen, was dann kommt. Oh, schade. Sehr gut. Platt. Okay. Achja. Ja. Wieder symbolisch hier wieder, ey. Und schon wieder alle sauer auf mich. Du wärst nur gemobbt. Nur weil ich gut bin. Du wärst nur gemobbt. Du wärst nur gemobbt. Du wärst nur gemobbt. Ja, ja. Guter Bescheiß, ey. Ja, ja. Du Asi. Ach, bei Mario Party kann man so gemein sein. Was hab ich's gefunden? Ernsthaft? Wenigstens drei Münzen hier, Spacken. Das ist auch geldgierig, ey. Ja, schon glatt. Aufs Bowser-Feld. Schade. Ich bin ne Frau, das muss sein. Oder ist ja das Bowser-Feld. Das ist ein Bowser-Feld, oder? Was hat deine Freunde Ansprüche an dich? Aber einmal ein zweiter. Moment noch. Ja, ich kann eigentlich nur unter aussetzen. Bringt der gar nicht jetzt. Was hast du denn noch für ne Kapsel? Ja, hätt' ich auch sagen können. Ich hab grad keine Kapsel mehr. Doch. Ja, was bringt mir das jetzt jeder? Ah, bringt nix. Vielleicht kommts ja noch auf ein interessantes Feld. Ah. Ich brauch erstmal Zucker in den Tuss. Hau die Scheiße hier raus. Oh. Lupp. Also Tobi, herzlichen Glückwunsch zum Sieb. Ja, Glückwunsch gewonnen. Darkseid kannst du noch verhindern jetzt vielleicht. So. Mit was denn? Mit dem Superrad. Mit dem, 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 mit der Höhen, ey. Ja, ja. Darkseid, das geht ganz einfach. Weißt du wie? Man geht so, oh, du kannst nicht kaufen. Oh, ja. Kauf für die Sterne für vier Münzen. Kannst du noch gewinnen, Darkseid, du musst nur Escape drücken. Ja. Gute Idee, warte mal. Ja, ja. Nein. Nein. Ufff. Sag mal die symbolische Runde, alle gegen den Draxler. Du warst echt häufig auf roten Feldern diesmal. Ich, ich hör gar nicht, ich hör gar nicht. Das hat man doch schon mal. Da müsst ihr schon mal Trauge finden, oder? Das hat man doch schon mal. Ne, das war bei zwei. Doch stimmt, ja. Wart ihr gegen mich? Ja. Ja. Das haben wir schon mal. Moment, das war ein Stauben. Muss man's gedrückt halten? Ja, ne? Immer wieder drücken, ne? Ich glaub immer wieder drücken. Ja. Ja, dann können wir ja starten. Jetzt nicht verlieren. Ratsch, du schaffst das schon. Ich übernehme, äh, da wo ich lande. Mitte. Kann man hier in den Spiel... Kann man hier in den Spiel... Kann man hier in den Spiel zu Hause, oder? Kann man hier in den Spiel zu Hause, oder? Kann man hier in den Spiel zu Hause, oder? Kann man hier in den Letzter werden in den Spiel? Nein, du musst nach links. Ne. Ja, jetzt bin ich schon grad dabei. Machst du das kleine Ding, Claude? Ich mach dann die Couch. Ja, okay. Du bist rechts da. Äh, ich würde mit dem linken Schrank übernehmen und den rechten, okay? Ja. So, meine Ecke ist fertig. Erfekte Absprache. Leg die auf die Couch. Leg die Füße hoch. Was? Leg die Füße hoch. Auf die Couch, das geht schon. Ja, das ist immer sehr knapp gewesen. Auch beim Tombi war das letztens ganz knapp gewesen. Ja, da hab ich auch verloren. Leg mal zu dritt ist es generell fast unmöglich. So, kannst du noch mal zurück? Mann, ey. Na ja, dann kommen wir mal zur Siegerehrung, ne? Moment, wer hat eigentlich mehr Münze? Ich will Dax, halt. Ich glaube, du hast... Tolles Spiel, also der fasst wohl zu Sonnen, der Sonnenmann. Als erstes zählen wir die Sterne. Mal gucken, ich bin ja gespannt, wer am meisten hat. Hm, hm. Oh, okay. Komm mal, wir zusammen haben nicht mal so viel wie Tom. Nur wieder alles zusammen... Nicht selber erspürt, muss man sagen. Ja, ja, ja. Du musst halt irgendwas ganz kleines bei dir kompetizieren, deswegen hast du so viele Sternen. Ja, ja. Was sagen sie mir? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, um Münzen geht's nicht. Warum habt ihr denn noch so viele Münzen übrig? Ich sag, das wird auch mal gar nichts. Alter, wenn wir... Was? Ich sag nichts ohne meine Antwort. Ja, wenn wir echt übereinander sitzen würden, ohne Scheiß. Ja, wenn wir echt übereinander sitzen würden, ohne Scheiß. Ihr würdet alle auf mich einprügeln. Oh, dritter Platz. Ja, jetzt weiter. Boah, das war jetzt ganz, ganz... Du hast die Chance, Clod. Du hast die Chance im Asteroidenspiel. Ja, im allerersten Testspiel gegen den Clod hab ich verloren. Ja, das war ja nicht offiziell. Das war voraufgegangen. Doch, das war offiziell, aber das war keine Aufnahme. Da hab ich einfach Glück gehabt, dass wir nicht aufgenommen haben. Was zur Vorbereitung. Du bist ein Superstar. Ja, das erklärt nicht. Das erklärt aber warum Tobi Single ist. Weil du seine Freunde nie gelingenst. Jetzt können wir ja auch mal gucken, wer die Dinger gewonnen hätte. Die ganzen Spiele. Ja, du natürlich. Steht auch irgendwie, wie viele Kapseln man geworfen hätte. Ja, steht hier auch, doch hier. Ich hätte alle drei gekriegt sogar. Alle drei Bonussterne. Zusätzlich noch. Aber die Münze... Wie wär das hier aufgeteilt worden? Guck mal Link... Bei diesem Mini-Spielstern hätte ich gewonnen. Ja, der hat sie bekommen. Bei den Kapseln hätte es jeder außer der Yoshi bekommen. Ja, aber der hat auch... Ja, ich kriegt ja jeder einen Stern. Ja, ja. Und bei dem rechts, bei diesem Pragezeugenfeld war ich der Einzige, der irgendwo drauf gekommen ist. Okay. Ja, guck mal. Tom, wir gewinnen hier. Jedes Mal. Hast du es eigentlich jemals verloren, wo wir aufgenommen haben? Ja, wir müssen noch mal neu aufnehmen, ne? Ich darf nicht eigentlich mal verlieren. Ja, wir müssen noch mal neu aufnehmen, ne? Ich darf eigentlich... Wir müssen mehr skippen, ne? Ja. Ja. Ich... Ich guck mal... Ich google mal dann Hex. Gibt's bestimmt einen Cheater. Dann kommst du auf die gleichen wie ich. Ja. Weißt du, irgendwann haben wir alle so Hexen und dann ist es wieder fair. Ja. Dann ist es mal fair, ja. Guck mal, A, was passiert dann? Ich glaub, wir sind einfach fertig. Ja. Mit 99 Sternen. In die nächste Map oder so. Ja, jetzt 11 Sterne. Sehr schön. Hey. Ah, coole Sache. Gut, Abwand machen wir dann auch für jeder für sich, ne? Denk ich mal. Dirk ist vorbei. Ja. Oh, ich wollte noch tschüss sagen. Tom, ihr Scheiße. Ach ja, gut. Dann macht das doch mal. Tschüss. Oh, Mann. Ich hab gewonnen. Tschüss. Tschüss.